Hallo zusammen und willkommen zurück bei Rockabee und Lara Croft. Wir sind Bergdorf, Bergwald, ja und wir suchen uns jetzt mal einen Weg aus dem Wald heraus. Schauen wir mal ob wir was finden. So, ok, gehen wir hier runter. Schauen wir mal was es hier gibt. Dieser chinesische Dolch ist sehr alt. Mein Vater hatte einen ähnlichen in seiner Sammlung, der aus dem Jahr 854 vor Christus stammte. Ok, wir haben ein Dolch gefunden und eine Absturzstelle. Na, gucken wir mal was es so was so gibt. Der sechste Sinn gibt uns gerade nicht besonders vor. Das ist viel näher am Dolch da vorne. Das ist aber euch kein sechster Sinn der Kasper. Hab ich vorher schon gesehen. Ok. Ich will dich nicht da haben. Ok. Gehen wir mal nicht mehr zu befürchten. Wo waren die anderen hier? Wer lief da nach oben gerade? Wo hat er sich? Versteckt der Hund? Was? Was ist hier passiert? Keine Ahnung, aber ich treff den nicht. Ich glaube jetzt. Opportunist freigeschaltet. Okay. Tja, sehen Sie ein Lager. Mir reicht es jetzt erstmal, wenn ich hier rauskomme. Was ist das da oben? Ok. Wo ist denn hier vorne? Vorne höre ich Stimmen. Machen wir uns mal langsam dahinten. Beweg dich nicht, bleib mal stehen du Kasper. Das war doof. Das war denkbar. Das war denkbar. Ok. Das sollte auch ihm über sein. Da ist aber noch einer. Ne, wieso kriege ich das? Scheiße. Ok. Na klar. Ja, die Outsiderin ist tot. Ich bin doof. Das vielleicht. Och nö. Was gefunden? Nein. Es ist zu dunkel. Jetzt müssen wir da noch. Mal durch. Sicher, dass sie hier sind? Ok. Dann sollte ich wohl jetzt etwas vorsichtiger vorgehen. Verdammte Wölfe. Hey, wenn ihr euch versteckt, kommt raus. Zeigt euch. Ne, mach ich nicht. Geht lieber auf, bevor ich die Hunden fülle. Hier rüber. Och ne. Diesmal hat er mich aber schnell gesehen. Wieso treffe ich denn nicht? Oh, das steht ja vor mir. Hallo. Was war das jetzt? Haben die Hunde dabei? Ich glaub, die haben Hunde dabei. So ein Mist. Oh, 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 oh. Was? Wo, 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 wo? Ah, shit. Mann! Rektar! Gib mir einen Baum zum Verstecken. Na, 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 na. Noch. Das Herz schlägt noch. Und jetzt ist es tot. Es ist tot. Es ist tot. Es ist tot. So ein Ärger. Ich muss hier irgendwie vorsichtiger vorgehen. Getürn was. Okay, jetzt mal. Jetzt geht's ran. Ist das sicher, dass ich hier bin? Zwei von zehn Pilzen gesammelt, na klasse. Jetzt warte ich erstmal, bis der, glaub ich, ein bisschen abgehauen ist. Hey, wenn ihr euch versteckt, kommt raus. Zeigt euch. Gebt lieber auf, bevor ich die Hunde finde. Ah, sag ich doch, die haben Hunde. Drecks Kerle haben Hunde. Ne, der ist zu weit weg. Ne, der ist zu weit weg. Oh, ne, mach das Licht aus hier, du Kasper. Oh, ne, mach das vor einiges. Ich bin nicht der Meisterschütze. So, was ist denn? Ich brauche ein Bäumchen zum Verstecken. Zeit für Schweine. Konzertation. Wo sind die Jungs? Ich muss aus dem Wald raus. Da steht auch wieder einer. Nee, nicht schießen jetzt. Ganz ruhig, Bruder. Reiß dich zusammen. Du schaffst das. Zeit für Schweine. Ich bin erwischt. Ich glaube ja. Kann ja einer sagen, wie viel hier noch rumhüpfen? Nee, was? Nee, was? Nee, was? Da ist ein Licht. Bestimmt. Ja. 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 worries. Was hier ist, schießen auf Verdacht. Guck hier raus, du Racke! Oh, weg, 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 weg! Wo ist eigentlich der Köter hin? Der ist immer noch da hinten. Mann, ich seh den nicht, ich seh den nicht. Ich bin zu blöd. Wo ist der Hundi? Kommt das Hundi nicht ins Wasser? Ist das Hundi Wasserschei? Ist das Hundi Wasserschei? Das Hundi sind doch nicht tot. Ola, ola, das Hundi vielleicht, aber das Menschen auch nicht. Mann! Die sind aber hier mächtig irgendwie überzählig. Der ist kaputt! Der hat sich hinterm Baum versteckt, die Ratte. Das kann ich auch. Ich hab bestimmt gleich keine Pfeile mehr. Oh, weg, 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 weg! Ich hab keine Kraft, um nochmal anzufangen. Ola, 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 ola! Versteck dich, versteck dich! Versteck dich! Mann, oh, Mann! So gut, aber leider nicht. Hau, Mann! Geh kaputt! Sei tot! Na, wie viel sind denn hier noch? Da ist doch schon wieder ein Köhl da irgendwo. Da ist doch schon wieder ein Köhl. Wie viel hat gibt es denn davon? Das sind ja eindeutig zu viele. Großwildjäger. Da kann ich jetzt drauf verzichten. Ich will hier durch. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Wir müssen das jetzt ein Lagerplatz finden! Halleluja! Gucken wir mal, wir sind da, haben wir ein bisschen lang, finden sie einen Weg aus dem Wald, ja toll, den suche ich ja gerade. Oh, ich habe einen Lagerplatz gefunden, das ist schon mal was wert, so jetzt gucke ich mich aber hier nochmal um, was ist denn das? Was ist denn in der Hütte da oben drin, da gucke ich mal rein noch, weil, aufgrund der vielen Tode, ich habe doch jetzt etwas, hui, 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 fertig. Krieger der Sturmwache, wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung. Die Flotte des Feindes, die auf unserer Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten. Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten. Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. Na, da bin ich aber froh, dass unsere Gegner brennen und nicht ich brenne. Also im Moment habe ich eher das Gefühl, dass ich brenne. Ich habe 30 Prozent der alten Schriftrollen, oh wei, oh wei. Naja, das ist jetzt nicht besonders viel. So, gibt es hier noch irgendwas in dieser Hütte? Was ist denn das hier? Kann man da nichts gucken. Was ist das? Irgendwelche Fälle, aber nichts. Was ist mit der Kiste hier? Oh, da hinten. Mal ein wenigstens was. Okay. Ja Freunde, das ist heute ein kürzerer Teil, weil ich glaube, ich begebe mich hier mal zur Ruhe. Und werde beim nächsten Mal dann mal schauen, wo es weiter geht. Okay Freunde, also dann. Bis die Tage und Tschüss. Okay. Tschüss. Vielen Dank.